Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung der Dokumentation Superman, die Christopher Reeve-Story, die am 10. Oktober in die deutschen Kinos kommt. Was mich ein bisschen schon verwundert, bevor ich sage, warum mich das verwundert, sage ich am ersten Mal Hallo Lida. Hallo. Lida, ist es ein Flugzeug, ist es ein Vogel oder ist es vielleicht doch Superman? Sei ehrlich, wenn du den Namen Christopher Reeve hörst, denkst du da auch eher an Superman oder ist es eher ein Darsteller, der dir eher gänzlich unbekannt ist? Ich denke tatsächlich wirklich an Superman. Ja, da sind wir schon zu zweit. Bei mir war es so, als Kind war ich von dem ersten Superman-Film zu Beginn wirklich total enttäuscht, weil ich Superman nur kannte aus diesen Comic-Bildern und da war das ja eine gigantische blaue Muskelmasse. Und seien wir ehrlich, Christopher Reeve hatte als Superman das Charisma, die Ausstrahlung, aber nicht wirklich den Körper. Und das hat mich als Kind ja irgendwie ein bisschen enttäuscht. Und dann mit den Jahren erst wurde er zu, ich sage es mal, meinem Superman und ich muss auch sagen, von den ganzen diversen Superman-Darstellern. Denn wir haben, glaube ich, George Reeve und Reeves war einer der Ersten. Dann haben wir Christopher Reeves, nicht verwandt oder verschwägert. Dann hatten wir Henry Cavill und auch Brenton Roof. Und für mich ist Christopher Reeve auch immer noch der Superman-Darsteller. Wie ist es da bei dir? Also für mich ist er auch der Superman-Darsteller besonders, weil ich die Comics noch nicht kannte, als ich als Kind im Fernsehen diesen Superman-Film gesehen habe, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Es war einer der so ersten Superhelden-Filme, an die ich mich wirklich erinnere, die im Fernsehen gesehen zu haben. Und hat auch so ein bisschen mein Bild geprägt davon, was ein Superhelden-Film ist, was ein guter Superhelden-Film ist. Und natürlich ist das ja auch der klassische aller Superhelden. Und da ich die Comic-Figur eben gerade diese klassische Comic-Figur aus den 50ern und 60ern da noch nicht so im Kopf hatte. Also natürlich wusste ich Superman-Comic-Figur, aber ich habe das alles mir nicht noch nicht angeguckt. Und darum hat er wirklich mein Bild geprägt. Und ich war eher, ja dann umgekehrt, überrascht, wie muckimäßig bepackt der Comic-Superman ist. Und fand den Christopher Reeve-Typ doch wesentlich ansprechender. Gerade da Superman ja auch die Hälfte seines Lebens sozusagen Clark Kent ist. Und wenn man sich denn vorstellt, dass Clark Kent diese ganzen Muskelberge irgendwie verstecken soll, um als mächtiger Reporter durchzugehen, ist das ja nicht so ganz glaubwürdig. Naja, was soll ich sagen, das mache ich jeden Tag mit. Von daher kann ich ihn da schon, ja, ja, ich kann Clark Kent da schon vollumfänglich nachvollziehen. Okay, ich habe zu Beginn ja gesagt, dass es mich freut, dass der ins Kino kommt, weil es ist eine HBO-Produktion und normalerweise gehen so HBO-Produktionen meistens halt direkt in Deutschland auf irgendwelche Streaming-Plattformen, meistens Sky, Wow oder Prime Video. Aber warum auch immer, dieser Film shoppt es in die Kinos. Und ja, im Grunde kann man es, glaube ich, abkürzen. Was wird erzählt? Es wird erzählt vom Leben des Christopher Reeve, der ja 1995 einen Unfall, einen Reitunfall hatte und dann paralysiert war, bis dann zu seinem Tode 2004 oder 2005. Und der Film erzählt jetzt davon, von seiner Karriere, aber auch eben von seinen Schicksalsschlägen. Und er erzählt es ja nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern ich hatte das Gefühl, es ist so eine Art Tennisspiel, nenne ich es mal. Er erzählte am Anfang da von der Zeit, als er Erfolge feierte und wechselt dann ein paar Jahre in die Zukunft, wenn er halt eben einen Rollstuhl benötigt und dann dir etwas in Anführungszeichen Negatives zu erzählen. Es war immer so ein bisschen ein Aufbauen und ein Niederschmettern. Und was ich mich gefragt habe ist, wäre das notwendig gewesen? Hätte es dem Film vielleicht nicht besser getan, wenn er wirklich in einer sehr strikten chronologischen Reihenfolge erzählt gewesen wäre? Ich habe darauf noch keine Antwort gefunden. Deswegen an dich die Frage wieder, wie fandest du die Erzählweise der Dokumentation? Also, dass der Film diese typische Struktur chronologisch angefangen, eben bei der Kindheit, Jugend und dann zum Lebensende etwas aufgebrochen hat, das fand ich gar nicht schlecht. Das ist durchaus erfrischend. Allerdings hätte ich mir auch an mehreren Punkten in diesem Film einen anderen Fokus gegeben. Es gibt durchaus ein paar Punkte, wo ich mir auch dachte, okay, ihr streift da gerade Themengebiete, wo ihr gerne ein bisschen tiefer reingehen könntet. Eine davon ist zum Beispiel, dass Christopher Reeve ja ein großer Fan der Stammzellenforschung war. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine South Park-Folge, wo er auch so ein bisschen veräppelt wurde, wo dann immer Christopher Reeve auf die Bühne kam, so einen toten Fötus aufgebrochen hat und ihn ausgesaugt hat. Es wird darauf in der Dokumentation sehr kurz darauf eingegangen, auf diese Forschung. Es gibt auch Momente, wo auch ganz klar Kritik geäußert wird, weil er zum Beispiel einen Werbespot hat produzieren lassen von seiner Organisation, die quasi aussagt, dass die Forschung es möglich macht, dass er wieder laufen könnte. Das sind so Faktoren, wo ich sage, Leute, ich finde es schön, dass ihr es zumindest angesprochen habt, aber ihr hättet vielleicht dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Wie siehst du das? Einmal das, da hast du nämlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es werden sehr viele hochinteressante Themen, zumindest hochinteressant klingende Aspekte seiner Biografie gestreift, die aber überhaupt nicht weiter ergründet werden. Gerade über seine Kindheit und Jugendjahre erfahren wir nur wenig. Da werden auch manchmal einige sehr heftige Worte benutzt oder suggeriert, dass da sehr viel toxische Atmosphäre in der Familie herrschte, gerade von Seiten des Vaters, dass da sehr viel Druck herrschte. Aber das bleibt alles völlig vage, sodass man eben auch nicht weiß oder sich schwer einen Eindruck bilden kann, wird hier jetzt so eine ganz normale Kindheit einfach ein bisschen melodramatisch aufgebauscht. Immerhin hat ja nun jeder ein paar Konflikte mit Eltern und Verwandten. Oder gab es hier wirklich fundamentale familiäre Schwierigkeiten? Und dann natürlich ist dieser Film in gewisser Weise paradox, weil es immer darum geht, dass man sich bemüht, einen Menschen nicht auf sein Handicap zu reduzieren, aber diese ganze Doku total um diesen Unfall sich dreht, um das, was nach dem Unfall war. Und alles von Christopher Reeves' Persönlichkeit irgendwie in Bezug zu diesem Unfall gesetzt wird. Und man hat auf den Eindruck, umso mehr die Doku versucht, das nicht so massiv zu machen, umso mehr endet sie eben doch immer wieder da. So ein bisschen wie so ein Bumerang-Effekt und mit so mehr Schwung man das wegwirft und mit so mehr Schwung kommt es zurück. Ja, ich fand es halt auch wirklich schade, weil er ja dann, als er, ich sage es mal ganz profan, sein Schicksal akzeptiert hat, ja durchaus auch wirklich sehr aktiv wieder war. Also er hat ja auch Regie geführt, ich glaube bei Minimum einem Film. Und ich habe den Film gesehen, der Film ist nicht gut. Aber trotzdem, ich hätte halt gerne mal erfahren, wie es für ihn so war, wirklich Regie zu führen, wenn du halt wirklich vom Kind abwärts halt quasi gelähmt bist. Und der Film hat halt einfach das, nicht das Problem, aber schon so die Eigenschaft, dass er relativ viele spannende Themen anschneidet, aber nie so richtig in die Tiefe geht. Und ich weiß, dass Superman unglaublich wichtig in der Karriere war von Christopher Reeve. Aber ich hätte mir zum Teil schon mal ein bisschen gewünscht, ihr müsst mir jetzt nicht schon wieder einen Superman-Clip zeigen. Ja, zeigt mir doch mal ein bisschen mehr von seiner Karriere zum Beispiel als Regisseur. Und auch seine sonstige Darstellerkarriere vor dem Unfall wird auch mehr so halbherzig behandelt. Wobei auch hier muss ich Ihnen sagen, ich finde es sehr schön, dass Sie sehr offen sind und auch ganz klar sagen, Leute, er war Superman und hatte damit unglaubliche Erfolge. Aber ansonsten war seine Filmkarriere, was jetzt den Erfolg angeht, eher, naja, nicht so für viele Highlights gesegnet. Und vor seinem Unfall hatte er auch nicht wirklich mehr mit TV-Filmen über Wasser gehalten. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich ganz interessant finde. Nichtsdestotrotz fand ich den Film, aber trotz allem, also er hat mich dann emotional doch bekommen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Auch weil es ein paar Sachen gab, die ich nicht wusste. Zum Beispiel von seiner innigen Freundschaft von Robin Williams oder halt eben auch, dass nach seinem Tod seine Familie auch noch dann den Tod seiner Ehefrau quasi verarbeiten musste. Hat dich der Film emotional ein bisschen bekommen? Und ich weiß, du bist ja eigentlich, das weiß ja jeder, der lebendige Eisblock aus Berlin. Aber vielleicht, liebe Lida, irgendeine kleine Fitzelchen Wärme in dir. Gibt es das? Hast du etwas gefühlt? Gestehe. Ich möchte jetzt am liebsten sagen, ja, hat er aber ganz ehrlich, nein, nur wenig. Und das liegt aber zum Teil auch daran, dass ich ja schon eine echte Oma bin und mich tatsächlich vage daran erinnern kann. Da war ich ja schon in der Grundschule, als das überall mehr Nachrichten kam, dass Christopher Reeve diesen Unfall hatte. Das war wirklich die Schlagzeile und man dachte ja auch lange, er würde sterben. Und dieses wirklich, also jetzt versuche ich selber, jetzt frage ich mich selber gerade, ob, wenn ich das jetzt so sage, das wieder jetzt Ableismus ist, wenn ich sage, dieses Schicksal, was schlimmer ist als der Tod. Also versuche ich es mal so zu formulieren, ein Schicksal, von dem ich mir vorstellen würde, dass ich es als schlimmer als den Tod empfinden würde. Und diesen wirklich, dieses ganze Leid, was er da durchmachen musste, das fand ich schon sehr schlimm und sehr erschreckend mit anzusehen. Insofern kann denn die Doku nicht nochmal das nachholen oder animieren, was ich schon in der Realität da erlebt habe. Und gerade, was mich auch gestört hat an dieser Doku, an diesem Punkt, war nämlich, dass sie immer versucht, so einen gewissen Optimismus zu haben, bei dem ich mich frage, ob der nicht beschönigend ist in Bezug auf das, was dieser Mensch gefühlt hat. Ich kann es natürlich nicht wissen, aber auch gerade, dass man den Eindruck hat, nach der Doku kein authentisches oder zufriedenstellendes Bild eines Menschen erhalten zu haben, sondern mehr so eine Fassade. Gerade das ist ein entscheidendes Manko. Das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Diese Doku macht auch sehr viele Sachen richtig, aber auch an bestimmten Punkten, wo man hätte mit ihm kritisch umgehen können. Nämlich seine Äußerung, seine gewisse, wie soll ich sagen, er hat eine gewisse Überheblichkeit gegenüber Menschen zum Beispiel, die mit einer Behinderung geboren wurden, im Vergleich zu denen, die durch einen Unfall oder eine Erkrankung eine physische Verschlechterung erlitten hatten und dann behindert waren. Und sein ganzer Fokus, im Gegensatz zum Fokus seiner Frau, die da durchaus differenzierter war, sein ganzer Fokus lag eben immer auf dem Aspekt Heilung. Das heißt, Handicap ist etwas irgendwie Schlechtes und alle Forschung, alles Engagement sollte immer mit dem Ziel sein, dass man dann irgendwann nicht mehr dieses Handicap hat. Und das ist eine durchaus streitbare Position. Durchaus. Ich kann ihn aber nachvollziehen, weil die Dokumentation dir auch durchaus klar macht, dass er ja vor seinem Unfall auch eine sehr aktive Person war. Und ich glaube halt, wenn du wirklich so aktiv warst, so sportlich warst, immer auf meinen Beinen warst, dann ist das, glaube ich, schon echt, also wie du schon sagst, das fühlt sich dann vielleicht wirklich schlimmer als der Tod. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was ich in dieser Situation machen würde. Aber ich gebe dir in der einen Sache wirklich recht. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, sie versuchen sehr zwanghaft, diese schlechten Gefühle irgendwie auszuklammern. Also diese Feel-Good-Mentalität suppt da wirklich schon durch. Und manchmal wirkte es fast unfreiwillig komisch auf mich, dass sie wirklich die schlimmsten Sachen dann erzählen und zeigen, die er halt durchgemacht hat, die dann nachher noch passiert sind. Wie gesagt, seine Frau ist noch gestorben. Das Schicksal von Robin Williams, das ist, glaube ich, auch bekannt. Und trotz allem versucht die Doku immer noch so, diese Faket hochzuhalten, wie es wird alles gut. Und mir fehlt das manchmal wirklich, dass Filme auch mal, ja, den Pessimismus umarmen. Einfach mal wirklich den Leuten auch zugestehen, dass es ihnen scheiße geht. Es gibt da diesen Film, die Kunst des negativen Denkens. Das wird da sehr schön thematisiert. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Sachen jetzt nicht wirklich übers Leben gelernt, aber halt eben über die Geschichte von Christopher Reeve. Ich möchte nicht sagen, dass ich ihn komplett neu kennengelernt habe. Aber ich hatte schon eine, ja, kann man sagen, gute Zeit bei der Geschichte. Ich weiß es jetzt nicht. Aber wie gesagt, der hat mich emotional doch ein paar Mal wirklich gepackt. Ich habe jetzt keine Tränen vergossen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich weiß ein bisschen was mehr. Und ich würde mir gerne auch mal seine Filmografie jetzt wieder ein bisschen näher ansehen. Jetzt nicht unbedingt die Superman-Filme, sondern auch die anderen Sachen. Denn was ich wirklich gar nicht wusste, ist, dass er zwischen Superman ja wirklich sehr, in Anführungszeichen, anspruchsvolle Rollen hatte. Also sowas wie Anna Karenina oder so. Und ich kann mir ihn tatsächlich in solchen Rollen nicht vorstellen, weil er bei mir in Gehirn einfach so sehr als Clark Kent gebrannte Markt ist, dass ich es echt ganz spannend finde, ihn jetzt auch mal in anderen Rollen zu sehen. Und allein dafür sage ich danke. Wobei, eine Sache hätte ich noch. Ich habe ja gesagt, es wundert mich, dass diese Doku ins Kino kommt. Und da sage ich ehrlich, also es wirkt auch nicht wie ein Kinofilm. Ich finde, das wirkt eher, um es ganz böse zu sagen, doch eher wie eine TV-Produktion, oder? Ja, absolut. Und natürlich möchte ich hier auch ein paar positive, nein, erst mal, also du hast sehr viel gesagt, wo ich an sehr vielen Punkten gern ansetzen möchte, muss ich mal suchen, das der Reihe nach abzuarbeiten. Erst mal, du hast vollkommen recht, was die Filmografie angeht. Da hätte man auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, anstatt immer nur wieder zu den Superman-Filmen zurückzukehren. Und einerseits, denke ich, hat es damit zu tun, dass Christopher Reeve hier nicht nur menschlich überhöht wird, sondern auch als Schauspieler. Er war ein guter Schauspieler, aber nicht zuletzt auch, weil seine Karriere nicht so ideal verlief, wie es hätte sein können und dann ja auch sehr früh beendet wurde, halten sich die wirklich herausragenden Darstellungen eher in Grenzen. Und der Film tut hier manchmal so, als ob das quasi neuer James Dean gewesen wäre, so ein totales Genie. Und davon war zumindest aus meiner Perspektive bei seinen bisherigen schauspielerischen Leistungen nichts erkennbar. Was auch nicht heißt, dass er schlecht war. Aber es gibt eben eine Spannbreite zwischen grandioser Darsteller und nicht toll. Und er war eben solide. Die Superman-Rollen waren ihm halt wirklich auf den Leib geschnitten. Da hat er gut reingepasst. Eine interessante Rolle, die, denke ich, wenige Leute im Kopf haben, ist, was vom Tage übrig blieb, blieb Remains of the Day mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Da spielt er, die beiden sind ja in diesem Remains of the Day, sind ja beide Dienstboten und er ist der Hausherr. Und das ist zum Beispiel eine sehr interessante Rolle, die man sich anschauen konnte. Oder ein Film, an dem er mitmachen wollte, denn er hatte offenbar ein großes Interesse an Romanverfilmen und Literaturverfilmungen. Er war ja auch in einer Fernsehverfilmung von Der Seewolf. Jack London hat das geschrieben, die Vorlage dazu. Oder er wollte in Village of the Damned mitspielen. Das war denn dieser John Carpenter-Film, der ein ziemlicher Flop war. Und ich glaube, in der Endversion, ich weiß nicht, ob er da überhaupt drin ist, weil er dann ja seinen Unfall hatte. Ich glaube, das war irgendwann während der Dreharbeiten oder so. Er hatte jedenfalls nicht die Hauptrolle. Aber das wäre ja auch nicht immer noch ein Film. Ja. Den habe ich gesehen, der hat wirklich die Hauptrolle in dem Film. Ich weiß nicht, wie das war, aber der hat wirklich die Hauptrolle neben Kirstie Elliot. Das weiß ich noch, weil das war so ein Film, den habe ich damals verbotenerweise mal auf RTL gesehen, weil es halt ein paar, in Anführungszeichen, brutalere Szenen gab, die für dich zu jung waren. Und deswegen kann ich mich da noch relativ gut erinnern. Das war kein guter Film, aber ja, das spielt ja wirklich noch die... Ich glaube, das ist sogar seine letzte Hauptrolle. Gut zu wissen. Das habe ich ihn nämlich auch nicht mehr abgespeichert gehabt, dass er da drin war. Ja. Also das wäre sicherlich interessant gewesen, da mehr drauf einzugehen, wenn der Film das gemacht hätte. Was der Film sehr gut macht, er hat unglaublich viele wirklich engstehende Verwandte. Er hat seine Kinder, er hat Geschwister, er hat die erste, also nicht seine erste Frau, aber die erste Langzeitpartnerin und Mutter seines älteren Sohnes. Er hat ja, wenn ich da das richtig im Kopf habe, hat er, glaube ich, drei Kinder von zwei Frauen. Und die Mutter seines ältesten Sohnes, die kommt da eben auch in der Doku vor. Also dieser, diese... Der Regisseur schafft es wirklich, hier viele sehr nahestehende Menschen zu versammeln vor der Kamera, die interessante Einblicke geben können. Und auch, also wir sehen hier zum Beispiel Whoopi Goldberg, Glenn Glow, also auch berühmte Darstellerinnen und Darsteller, die über ihn sprechen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir nichts, wir haben kein Interview, keine Äußerungen mit Robin Williams. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es da Archivmaterial gibt, wo Robin Williams über seine Freundschaft oder überhaupt über Christopher Reeve mehr sagt, als in einigen Bühnen auftritten. Also ich meine jetzt wirklich ein direktes Interview oder so, aber das wurde nicht eingesetzt. Und da gibt es eben auch noch einige Problemchen mit diesem Optimismus und Idealismus, den du erwähnst. Zum Beispiel, dass diese Doku sich sehr darum herumdrückt, zu sagen, woran denn jetzt eigentlich Robin Williams gestorben ist. Und wir wissen ja, er hat sich das Leben genommen. Und dass das verschwiegen wird, da finde ich, sitzt so ein sehr unangenehmer Moralismus durch. Warum darf man das nicht sagen? Warum wird sowas unter den Tisch gekehrt? Es ist ja ein gesellschaftliches Stigma, aber das Stigma verstärkt sich ja nur dadurch, wenn man ihm entspricht und solche Sachen nicht offen sagt. Oder das, was mich wirklich sehr gestört hat an dieser Doku oder was in irgendeiner Weise hätte inszenatorisch behandelt werden müssen, ist dieser Aspekt, dass fast alle Leute, insbesondere seine Frau und er selbst, wenn sie irgendwie vor der Kamera reden, immer wirken, als würden sie Schauspielern. Bei jedem öffentlichen Auftritt, bei allem, was du hast, und das geht auch auf die, überträgt sich auch auf die Kinder, die dann ja inzwischen erwachsen sind, man hat immer den Eindruck, diese Leute reden, einstudierte, vorgeschriebene Sätze und antworten nicht einfach frei, natürlich, aus sich selbst daraus, sondern dass alles immer eine perfekte Fassade ist. Egal, ob die Fassade tragisch sein soll oder gemeinschaftlich oder positiv, aber es ist, niemals hat man den Eindruck, dass man hier wirklich zum Inneren, zu den echten Gefühlen dieser Leute durchdringt. Ist mir nicht so aufgefallen, aber es ist schon sehr poliert alles, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt keine Doku, wo ich das Gefühl habe, dass mir jetzt irgendwas präsentiert wird, für das wir jetzt wirklich tief bohren mussten, das auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was du zu Superman, The Christopher Reeve Story loswerden möchtest, außer dein Fazit? Ja, nämlich, dass es recht interessant ist, dass dieser Film in einer Reihe mit drei Dokumentationen fällt, die ein Bonho, ich glaube, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus und sein Choregisseur Peter Etchkui? Peter Etchkui? Okay, ich hoffe, man spricht jetzt aus. Ich habe die Namen hier gerade auch vor mir gesehen, ich weiß auch nicht, wie ich die aussprechen soll, aber die haben jetzt vor, glaube ich, diese Netflix-Dokumentation und Rising Phoenix gemacht. Genau, und da geht es ja bereits um die Paralympics, also ein Film, der sich mit dem Thema Handicap und Überwinden von physischen Beschränkungen, aber überhaupt auch von physischen Grenzen im sportlichen Sinne, egal ob jetzt mit oder ohne Handicap sich befasst. Und dann gab es einmal diese Alexander McQueen-Doku, wo es um den Designer geht. Also dieser Regisseur hat, soweit ich weiß, nur einen Kinospielfilm inszeniert, der auch, ich habe ihn nicht gesehen, aber doch sehr schlechte Kritiken erhalten hat. Also seine Stärke ist eindeutig die Doku und ich glaube, er ist in dem, ja, im Begriff, in so einen gewissen Formalismus zu fallen, dass er diese Dokus alle nach einem sehr ähnlichen Schema inszeniert. Wie sehr das einem auffällt oder einen stört, hängt natürlich davon ab, ob man die anderen Filme, die anderen beiden Dokus gesehen hat und wie man sie fand. Ich habe sie nicht gesehen, aber, ja, ich kann dazu nichts sagen, ich habe sie nicht gesehen. Ich kann ja nur noch mal sagen, dass hier Super Slashman, und ich würde jetzt einfach mal zu meinem Fazit kommen, hat mir wirklich gefallen, hat mich emotional durchaus hier und da mal durchgeschüttelt, hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt wirklich mal Lust habe, ein paar Sachen außerhalb von Superman mit Crystal Reef zu sehen und muss aber auch sagen, dass es kein, eigentlich keine Dokumentation fürs Kino ist. Die ist, glaube ich, wäre bei Netflix so das geil, wäre sie, glaube ich, genauso gut aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Fan von Christopher Reeve seid, falls es, sagen wir so, wie es ist, falls es da draußen noch Fans gibt, dann habt ihr da garantiert eine gute, tränenreiche Zeit im Kino. Da würde ich sagen, geht da gerne rein. Ich glaube, alle anderen machen nichts verkehrt, wenn sie einfach auf einem, ja, VOD- oder Streaming-Release-Start von Superman The Crystal Reef Story warten. Aber ich habe die Sichtung jetzt nicht bereut und das werdet ihr da draußen vermutlich dann auch nicht tun. Lida, dein Fazit bitte. Ja, eine handwerklich sauber, fast zu sauber gemachte Doku, die es schafft, sehr viele Zeitgenossinnen und Wegbegleiterinnen von diesem ebenso tragischen wie bemerkenswerten Künstler und Menschen zu versammeln. Sie gibt uns viele interessante Einblicke in sein Leben. Wir sehen vor allem Privatvideos, wir sehen Familienvideos und die hat doch eine durchaus hoffnungsvolle, allerdings oft auch zu euphemistische Einstellung zum Bewältigen und Überwinden von Handicaps. Da hätte ich mir sicher mehr Differenzierung gewünscht. Man muss sich immer vor Augen halten, dass das, was wir sehen, eben ein bisschen ist wie mit Clark Kent und Superman. Wir sehen immer nur Superman. Denn wir sehen niemals eigentlich Clark Kent. Trotzdem empfehle ich euch das, auch wenn es, wie es du schon sagte, keine sehr cineastische Optik ist, aber wenn das im Fernsehen oder auf Streaming läuft, dann solltet ihr euch das sicher anschauen, ob ihr Fans von Christopher Reeve seid oder noch nicht. Was ihr euch auch unbedingt mal anschauen solltet, ist unsere Webseite www.tele-stammtisch.de und natürlich könnt ihr sehr gerne mal auf unseren Discord-Channel vorbeischauen, tele-stammtisch slash Discord. Da könnt ihr mit uns chatten, mit uns reden. Was das gleiche ist wie chatten, merke ich gerade, aber vollkommen egal. Könnt uns Feedback geben und allerlei Quatsch anstellen. Ansonsten danke ich für euch fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es natürlich auch überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Lasst uns gerne einen Like und Kommentar, wo auch immer es wirklich ist, da. Ich sage Tschüss und Lieder dir gebührt das letzte Woche. Ja, auf zu neuen Taten, überall da, wo eine Heldin gebraucht wird. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.